Hallihallo, Veronika ist hier. Top, dass du wieder dabei bist. Ich habe in diesem Video eine weitere Übung für dich, für den Beinbizeps, für den unteren Rücken und ganz wichtig für den Po. Vorher weise ich dich nochmal auf meinen magischen Bauchvektor hin, den lege ich dir sehr ans Herz, wenn du schnell abnehmen und deinen Körper definieren möchtest. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Klick da drauf und du befindest da alle Infos dazu und kannst dich auch direkt eintragen. Ja, ich habe eine weitere Übung für dich. Als Frau, natürlich auch als Mann, aber besonders als Frau, es ist sehr wichtig, dass wir diese schönen, runden Formen beibehalten. Also bei Männern ist es nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen kantiger und eckiger wirkt. Bei Frauen finde ich zumindest persönlich, ist es nicht ganz so schön, wenn diese schönen Rundungen weg sind. Deswegen gibt es aber ein paar Übungen, womit du deinen Po formen kannst, die aber diese Rundungen trotzdem beibehalten. Deswegen habe ich jetzt eine Übung für dich parat. Das ist die halbe Brücke. Die kannst du in dein Bauchmuskeltrainingsworkout einfügen. Das sind nur ein paar Minuten, zwei Minuten, die du dran fügst. Also ich habe ja schon fünf Minuten Workout für zu Hause für dich hochgeladen. Und wenn du dann diese kleine ein- oder zwei-minütige Übung dranhängst, hast du ein schönes Komplettpaket, was du sehr gut vor dem Frühstück machen kannst. Denn auf nüchternen Magen, da kommst du wirklich schön an deine Fettreserven ran, weil dann deine Glykogenspeicher leer sind und dann kannst du schneller abnähen. Ja, ich zeige dir die Übung. Sie geht folgendermaßen. Am besten eine Unterlage, weil du sonst dir an den Schultern sowas aufholen kannst. Aber das kannst du auch ohne machen, wie du möchtest. So, du legst dich hin, stellst deine Beine auf, deine Arme legst du einfach parallel neben dich, gerade Wirbelsäule. Und jetzt drückst du deine Hüfte immer nach oben in Richtung Decke. Und währenddessen, während du das nach oben drückst, atmest du aus. Und das aber, das Becken so hoch es geht. Das fühlst du auch direkt im Po, hier hinten im Beinbeuger. Und im Rücken auch. Und hier deswegen auch die Unterlage wegen den Schultern. Ich finde, also die Übung ist wirklich für Anfänger auch sehr gut geeignet, um da schön reinzukommen in dieses Workout. Aber für Fortgeschrittene ist es auch auf jeden Fall sehr gut machbar. Auch mal eine gute Abwechslung. So, das machst du 20 mal. Also ein Satz A20 Wiederholung. Ich empfehle 3-4 Sätze A20 Wiederholung. Aber du kannst es auch so lange machen, bis du nicht mehr kannst. So, dann machen wir es direkt zusammen. Los geht's. 20 mal. 1, 2, 3 und 1. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und weiter. 14, du schaffst es. 15, 17, 18, 19, 20. Ja, ich merke es direkt. Ich finde es sehr gut, halbe Brücke direkt vor dem Frühstück gut zu machen. Mach es direkt mit mir zusammen, dann hast du auch eine Motivation. Also du kannst jetzt dieses Video auch zurückspulen und direkt deine 3-4 Sätze hintereinander machen. Also, weitere Infos und Tipps zu schnellem Abnehmen und zu der Körperdefinition findest du in meinem magischen Bauchweg-Turbo. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ich sehe dich dort und im nächsten Video auch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.